Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt haben wir ein Ohrwurm für Sie. Wir hoffen, er wird Sie den gesamten Freitag begleiten. Und seit 50 Jahren schon ist Udo Lindenberg, also dein Leben lang, wobei du lebst bestimmt schon ein bisschen länger, Popstar, Superstar im deutschen Pop-Business und aus der Musikszene gar nicht mehr wegzudenken. Ja, aber es hat dann doch 76 Jahre gebraucht, um den ersten Nummer-Eins-Hit in den Single-Charts zu landen. Immerhin, ich werde es nicht schaffen, egal wie alt ich werde, aber egal. Der Song heißt Komet, aufgenommen hat ihn der Panik-Rocke gemeinsam mit dem Deutsch-Rapper. Hier hören wir ihn, Apache 207. Dafür nötig für diese Auszeichnung 100 Millionen Streams und mehr als 400.000 verkaufte Singles. Das ist heutzutage wirklich eine ganze Menge. Ich will noch ein bisschen zuhören, Rishi. Zieht mal hoch. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr weltabonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. course Musik Musik Musik